Gesund, gelöst, befreit. Durchlichte deine Zellen, bringe Heilung in dein Leben, lautet das Motto des Thema meines Wochenendseminars, welches vom 26. bis 28. Februar zum ersten Mal online live stattfinden wird. Zu diesem Seminar erreicht mich gerade eine Anfrage. Ich lese sie euch mal kurz vor. Wird es eine Aufzeichnung davon geben? Ist es notwendig, immer die ganze Zeit über live dabei zu sein? Leider bin ich nicht in der Lage, das gesamte Wochenende online zu sein. Meine Lieben, das ist ja der Vorteil an einer Online-Veranstaltung, dass davon eine Aufzeichnung geben wird. Jedoch ist es wundervoll, wenn du gerade bei den wichtigsten, persönlichsten Momenten live dabei sein kannst, wie bei deiner persönlichen Engelbotschaft, die ich durchgeben werde. Aber ich werde genaueren Ablauf noch freigeben für die Teilnehmenden. So wie freue ich mich auch, euch über die Entfernung energetisch behandeln zu können und euch auch Wege aufzeigen zu können, wie ihr euch selbst auch lebenlang behandeln könnt, so wie auch eure lieben Familienmitglieder. Seid dabei, das ist eine einzigartige Gelegenheit, kosmisches Heilen auf diese so unkomplizierte Art und Weise kennenzulernen. Bis bald, ich freue mich auf dich.